Willkommen zurück auf unserem Kanal, ich bin Laura und heute zeige ich euch wichtige Redemittel, die ihr für Argumentationen und Meinungsäußerungen braucht. Wir sprechen hier aber nicht von den Standardfloskeln, ich glaube, ich denke oder meiner Meinung nach. Nein, ich zeige euch heute Redemittel, mit denen ihr nicht nur eure Prüfer wirklich beeindruckt. Übrigens, bevor wir loslegen, möchte ich euch noch herzlich zum Live-Unterricht mit mir einladen. Nächste Woche gibt es im Rahmen unseres Deutsch Campus wieder eine Unterrichtsstunde mit mir, in der wir genau das üben, nämlich auf Deutsch zu argumentieren und die eigene Meinung zu äußern. Für alle Premium-Mitglieder von unserem Deutsch Campus ist der Unterricht wie immer kostenlos, aber auch wenn du nicht Mitglied im Deutsch Campus bist, kannst du natürlich teilnehmen. Klick einfach auf den Link unten in der Videobeschreibung, du findest dort immer alle aktuellen Termine zu unseren Unterrichtsstunden. Es gibt viele spannende Inhalte wie Konversationsstunden, auch Prüfungsvorbereitungen, Grammatik, Spiele oder auch einfach mal miteinander quatschen. Jetzt geht es aber los, let's go! Wie kannst du deine Meinung also differenziert ausdrücken? Zum Beispiel mit diesen Redemitteln. Ich vertrete den Standpunkt, dass es wichtig ist, verschiedene Perspektiven zu berücksichtigen. Oder aus meiner Sicht ist es entscheidend, dass wir nachhaltiger handeln. Es lässt sich nicht leugnen, dass technologische Innovationen die Arbeitswelt verändern. Oft möchte man einem Argument vielleicht zustimmen, hat aber noch einen Einwand. Man kann also unter Vorbehalt zustimmen. Ich stimme zu, aber es gibt noch einen weiteren Aspekt. Ich stimme zu, dass Umweltschutz wichtig ist, aber es gibt noch einen weiteren Aspekt, den wir berücksichtigen sollten. Grundsätzlich bin ich einverstanden, allerdings sollten wir die finanziellen Kosten nicht außer Acht lassen. Wenn man anderer Meinung ist, dann kann man seinen Widerspruch ausdrücken, was natürlich immer höflich geschehen sollte. Zum Beispiel so. Ich kann deine Sichtweise nachvollziehen, jedoch... Ich kann deine Sichtweise nachvollziehen, jedoch glaube ich, dass wir hier differenzieren müssen. Das mag zutreffen, aber ich sehe das etwas anders, da die Konsequenzen schwer abzuschätzen sind. Bei Argumentationen ist es ja wichtig, die Argumente schlüssig darzulegen, also überzeugend zu sein. Benutzt dafür zum Beispiel folgende Redemittel. Ein zentraler Punkt, den man nicht übersehen sollte, ist die Bedeutung von ausreichend Schlaf für die Gesundheit. Eines der überzeugendsten Argumente dafür ist die Zeitersparnis. Was für diesen Standpunkt spricht, ist die wachsende Zahl erfolgreicher Projekte. Ein gutes Argument braucht unbedingt Beispiele und Belege. So kannst du das formulieren. Das lässt sich gut an folgendem Beispiel verdeutlichen. In vielen Städten wurden Fahrradwege ausgebaut, was den Verkehr reduziert hat. Ein Beispiel, das dies veranschaulicht, ist die Digitalisierung im Bildungswesen. Oder Wie in zahlreichen Studien gezeigt wurde, führt regelmäßige Bewegung zu einer besseren Konzentrationsfähigkeit. Und das war's auch schon. Hier abschließend nochmal die Erinnerung. Wenn du nächste Woche dabei sein möchtest, wenn wir das argumentieren und diskutieren auf Deutsch üben, dann solltest du jetzt auf den Link unten in der Beschreibung klicken. Und wenn dieses Video hilfreich war, dann freue ich mich wie immer über dein Abo und deinen Daumen nach oben. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und wir sehen uns dann vielleicht in einem unserer nächsten Videos. Mach's gut! 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 Vielen Dank.